Herzlich willkommen liebe Zuschauer zu diesem Video. Heute mal wieder kein Video zu Smartphones oder ähnlichen, was ich ja sonst immer hochlade, sondern heute geht es nochmal hier wieder um das Thema Autopflege, weil es passt gerade wieder zur Jahreszeit, viele sind wieder am Autopflegen und ich möchte euch nochmal ein Video mit auf den Weg geben sozusagen, was ich immer so beim Polieren beachte, beziehungsweise so ein paar Tipps, was man nach dem Polieren machen sollte und auf was man eben beim Polieren, beziehungsweise auch bei der Poliermaschine und so weiter achten sollte. Hier habe ich ein paar Sachen schon stehen, worüber wir uns jetzt gleich nochmal unterhalten. Zum einen natürlich hier die Poliermaschine, hier ein paar Polierpads, da hinten ein Wachs, dazu kommen wir gleich und hier nochmal ein paar Polituren, zwei Stück. Gibt natürlich noch ganz, ganz andere, das sind jetzt hier auch nicht die besten Sachen oder ähnliches, da gibt es Besseres und Schlechteres und so weiter, da sind einfach nur Beispielprodukte. Die Poliermaschine wurde mir übrigens freundlicherweise von dem Hersteller Dino Kraftpaket, von dem sie kommt, auch zur Verfügung gestellt, daher auch nochmal herzlichen Dank an Dino Kraftpaket. Das ist eine Poliermaschine mit 21 mm Polierhub, gibt auch noch andere mit 8 mm und 15 oder auch 10 und so weiter und so fort. Ist also eine relativ große Poliermaschine, die einen großen Polierhub hat. Ja, wo beginnen wir jetzt am besten? Wir beginnen erstmal, würde ich sagen, bei der Poliermaschine, denn, wenn ihr natürlich ein Auto polieren wollt, kann man das natürlich einmal mit der Hand machen oder mit der Maschine. Mit der Maschine wird es natürlich deutlich besser. Es gibt zweierlei Arten von Poliermaschinen, einmal die Rotationspoliermaschine, die wirklich einfach nur kreisende Bewegungen macht und dann die Exzenterpoliermaschine, die eben exzentrische Bewegungen macht, so wie eine 8 sozusagen. Wir haben hier eine Poliermaschine, die bewegt sich in der Preisklasse 170 Euro, also ist ein relativ hochwertiges Gerät sozusagen, aber trotzdem noch nicht ganz so teuer. Poliermaschinen unter 100 Euro empfehle ich nicht, denn die leisten einfach nicht wirklich das, was sie versprechen und sind auch wirklich nicht ganz so qualitativ hochwertig. Ansonsten hier, wie gesagt, ein Gerät für 170 Euro mit 21 mm Polierhub. Und 21 mm Polierhub bedeutet, dass diese exzentrische Bewegung, also diese 8, die sie immer fährt sozusagen, ähm, 21 mm verfahren wird sozusagen. Also 21 mm ist dieser Umkreis, der gefahren wird. Ich habe da noch 8 mm, das sind dann kleinere, die fahren dann also einen kleineren Umkreis und 15, das ist dann genau die Mitte sozusagen. Kommt halt immer drauf an, mit der 21 mm Maschine, die ich gerade hier als Testexemplar habe, kann man vor allem gut Motorhauben, Dach und Türen polieren, wenn man da einfach einen großen, ja, wenn man da einfach schnell durchpolieren kann sozusagen. Bei kleineren Sachen, wie zum Beispiel, ähm, den Kotflügel vorne, wo es ein bisschen kleiner geht, geht man dann vielleicht eher so an die 8 oder 15 mm Poliermaschinen. Wir haben hier übrigens auch die Möglichkeit, ein 150 mm Polierpad drauf zu tun. Da sind wir nämlich auch schon bei dem nächsten Punkt. Also einmal sind das natürlich die Poliermaschinen hier und dann die Pads. Wir haben also hier ein 150 mm Polierteller, das ist dieser Durchmesser eben. Und da brauchen wir natürlich auch Pads. Wir haben jetzt hier zweierlei Pads, äh, die kann man direkt hier drauf packen und die passen auch optimal hier drauf, sodass man eben wirklich große, große Flächen, ähm, auf diesen Stützteller machen kann. Den Teller kann man auch nochmal, wie man hier sehen kann, abbauen, gegen einen anderen kleineren Teller, wechseln, 125 mm beispielsweise. Das wären dann nämlich für solche Pads, die sind ein bisschen kleiner und die kann man dann auch da drauf packen, ganz normal mit Klettverschluss oder noch kleiner. Äh, die passen jetzt hier natürlich nicht drauf, wenn man sich da den Lack beschädigen würde. Und, ähm, genau, also das sind auf jeden Fall die Polierpads. Bei den Polierpads, muss ich ganz ehrlich sagen, ist immer eigentlich die schwierigste Frage, welche man da nehmen soll, denn es gibt, wenn man mal ins Internet schaut, so viele unzählige Pads, äh, von ganz verschiedenen Herstellern. Das ist wirklich, äh, schwierig, was man da nehmen soll. Hier habe ich zum Beispiel sehr, sehr weiche Pads, wie man sehen kann. Äh, auch das Schwarze ist auch wirklich relativ weich, also noch ein bisschen weicher, als das Gelbe würde ich zumindest behaupten. Dann haben wir hier orangene Pads, die sind deutlich härter, wenn man das auch sieht. Ich drücke mal hier rein. Und das dauert, bis dieser Druckpunkt wieder rauskommt. Äh, deutlich härter als das Gelbe beispielsweise. Da geht das deutlich schneller oder eben beim Schwarzen. Und, äh, die Pads muss man einfach danach wählen, je nachdem, was man am Auto machen will. Wenn man einen Wachs auftragen, nimmt man ein sehr, sehr weiches Pad. Einen Wachs kann man aber auch mit der Hand auftragen, so mache ich das zumindest immer. Trotzdem, manche machen das auch mit der Poliermaschine. Kann man machen. Äh, dann nimmt man ein sehr, sehr weiches Pad, was natürlich, äh, ganz, ganz wenig Kratzer, wenn überhaupt, nur in den Lack bringt. Weil man will ja gar keine Kratzer in dem Lack haben. Von daher ein ganz weiches Pad nehmen. Da muss man einfach gucken im Internet, wenn man das bestellt, was dabei steht. Es muss wirklich sehr, sehr weich sein, um eben, oder Mikrofaser-Pad, um eben den Wachs, äh, einzupolieren. Ansonsten, wenn man jetzt mittlere Kratzer im Lack hat, also so leichte, die man vielleicht, ja, also die man schon sieht, aber die noch nicht wirklich tief drin sind. Da kann man diese mittleren Pads nehmen. Das sind mittlere Pads, die sind nicht ganz so hart. Das hat bei meinem Autolack immer vollkommen ausgereicht. Äh, ich habe jetzt hier zum Beispiel ein Lake Country Pad. Das ist, glaube ich, das Constant Pressure, ähm, Pad. Wenn ich mich da nicht irre, gibt es aber auch noch andere von Chemical Guys und... Sonst, wenn es da nicht alles gibt. Also da gibt es so viele Sachen, äh, extrem krass. Also hier, wie gesagt, das ist das mittlere Pad, äh, was ich immer ziemlich gut finde, wenn man eben einfach einen normalen Lack hat, der normale Kratzer drin hat, der nicht ganz so beansprucht worden ist. Ähm, ja, da kann man damit auf jeden Fall Waschanlagenkratzer rauspolieren, äh, und so weiter. Also ansonsten gibt es auch noch, ich gucke noch mal ganz kurz hier bei mir, äh, sofort, gibt es auch noch weiße Pads, ähm, das sind dann diese hier. Und, äh, die sind deutlich weicher, um beispielsweise da schon, äh, in Wachs einpolieren zu können. Das ist also jetzt ein weißes Pad, was man auch nehmen könnte. Dann haben wir hier bei Lake Country noch, äh, andere Pads, nämlich wo diese Punkte drin sind. Das sind im Prinzip einfach nur Punkte, wo sich zum einen die Politur ein bisschen, äh, Pufferspeicher sozusagen generieren kann. Äh, und zum anderen sollen die Punkte aber auch dazu beitragen, dass der Lack eben nicht ganz so heiß wird. Weil da immer noch so Lufträume dazwischen kommen und manche, was man natürlich nie machen sollte, mit der Polymaschine einfach nur so auf den Lack halten und nichts tun. Man muss natürlich immer Bewegungen fahren oder eben, äh, einen Kreuzstrich fahren. Ähm, ja, deswegen. Aber trotzdem, für die, die sich da wirklich ganz unsicher sind und sagen, Oh, äh, kann ich überhaupt polieren? Für die kann man diese Pads am Anfang auf jeden Fall empfehlen, weil die eben den Lack nicht ganz so heiß machen sollen, äh, wie andere Pads, wo es eben nur komplett mit der kompletten Fläche drauf, äh, liegt. So sieht das dann eben aus. Das sind diese Constant Pressure Pads mit diesen Punkten drin. Sind für Anfänger eigentlich ganz gut geeignet. Äh, ich hatte mit diesen Lake Country Pads bisher noch nie irgendwelche Probleme. Die haben mir immer ganz gut zugesagt. Gibt aber, wie gesagt, auch noch andere. So viele habe ich jetzt auch noch nicht getestet. Von daher möchte ich mir da jetzt auch kein Urteil erlauben oder diese eben besonders in den Himmel loben, denn das kann ich auch nicht. Also von daher, äh, wie gesagt, das sind auf jeden Fall ganz gute Pads. Ähm, und von daher einfach darauf achten, dass ihr passende Pads zu eurem Stützteller kauft, dass die eben drauf passen und dass die eben auch, äh, verschiedene Härtegrade haben. Wenn man ein Auto poliert, sollte man immer mindestens drei Pads, äh, haben. Also wenn man jetzt ein Auto poliert, wie gesagt, drei Pads von denen. Wenn man noch einen Wachs aufträgt, dann auch nochmal drei Pads von den Wachspads, die eben wirklich weich sind. Es gibt aber auch noch härtere Pads. Wobei man da halt auch immer wieder den Kompromiss, äh, nicht den Kompromiss, sondern gucken muss, was man auch für Polituren verwendet. Ich komme jetzt nämlich zum nächsten Punkt, die Politur. Wir haben jetzt hier von dem Hersteller Menzerna eine Politur. Das ist eine Medium Cut Polish, also eine Medium, eine Medium Politur. Äh, mit dem Körnungsgrad 2500. Da hat jeder Hersteller auch andere Bezeichnungen. Ist also wirklich eine klassische mittlere Politur, so wie es auch hier drauf steht, die eben Gebrauchsspuren, äh, besonders schnell und beseitigt und eben auch Hochglanz garantiert. Man müsste theoretisch danach noch nicht mal wirklich eine Finish Politur drüber hauen. Das ist eine Politur, die man wirklich nehmen kann für normale, gebrauchte Lacke, wo man eben wirklich ein paar Waschanlagen gerade da drin sieht und wo jetzt nicht ganz, ganz krass der Lack strapaziert worden ist. Das ist wirklich dafür eine gute Politur, gerade auch für etwas härtere Lacke von Audi, BMW, Mercedes und so weiter, VW auch. Ähm, dafür ist die Politur eigentlich gut geeignet. Wenn man jetzt diese Politur nimmt, kann man für einen normalen, gebrauchten Lack auf jeden Fall so ein orangenes Pad nehmen und das darauf durchfahren. Man könnte jetzt auch sagen, okay, ich habe einen etwas strapaziteren Lack, wir nehmen trotzdem diese Politur und nehmen ein etwas härteres Pad. Das kann auch die Kratzer besser beseitigen. Allerdings könnte man dann auch sagen, ich nehme lieber dieses Pad und probiere nochmal eine etwas schärfere Politur, die vielleicht einen Grad von 3000 oder beziehungsweise, nee, entschuldige, nicht von 3000, je höher die Zahl, desto kleiner ist der Cut, wie ich gerade sehe, sondern eher eine von 1000, 1500 oder eben 2000. Die sind dann nochmal ein bisschen schärfer und können die Kratzer besser rauspolieren. Könnte man dann auch probieren. Ich finde immer eher, lieber so ein orangenes Pad nehmen und nicht ein zu krass hartes Pad nehmen und dafür eine etwas schärfere Politur eben draufgeben, also die einen besseren, einen gröberen Cut hat. Ansonsten haben wir hier auch noch eine Finish-Politur, super Finish, 3500 ebenfalls von Ventana. Packt ihr einfach drauf, wenn der Lack einfach nur extrem glänzen soll, wenn ihr sorgt für perfekten Spiegelglanz, genau. Wenn ihr nochmal ein paar Hologramme rauspolieren wollt, die vielleicht drin sind, das ist wirklich eine ziemlich gute Politur, um da nochmal was rauszuholen und den Lack eben wirklich so glatt wie ein Babypopo zu machen. Das ist einfach nur genial, wenn man noch so eine super Finish-Politur nimmt. Auch von anderen Herstellern, wie gesagt, Kochchemie gibt es noch, Sonax und ganz, ganz viele Hersteller. Guckt da einfach mal ins Internet. Ich will ja hier, wie gesagt, ich möchte jetzt hier nicht irgendwie diese tolle Tour irgendwie jetzt hier präsentieren oder ähnliches, sondern das sind nur Beispielprodukte, die ich mir auch selbst gekauft habe. Nicht, dass es da nochmal irgendwelche Probleme gibt, dass ich hier irgendwie Werbung oder ähnliches mache. Mache ich überhaupt nicht. Das ist einfach das, was ich da habe. Möchte ich euch kurz präsentieren und nehmen müsst ihr das am Ende natürlich nicht. Ganz, ganz klar. Also möchte ich auch überhaupt nicht, ja, dass es da irgendwie zu Missverständnissen kommt. Ansonsten, wenn ihr das Auto dann poliert habt, also mein Tipp, wie gesagt, nochmal orangene Pads nehmen, wenn man die von Lake Country beispielsweise kauft oder eben von einem anderen Hersteller mittlere Härtegrad-Pads. Wenn der Lack in einem Zustand ist, wo man sagt, ja, ich könnte jetzt polieren, wenn man den Lack natürlich schon optimal hat und poliert trotzdem jedes Jahr, würde ich nicht immer hier solche mittleren Pads nehmen, sondern da kann man auch mal ein weicheres Pad nehmen und nimmt einfach mal eine super Finish-Politur. Reicht da auch aus, um eben so ganz, ganz minimale Grasse rauszupolieren oder eben einfach einen krassen Glanz zu erzeugen. Wenn man das dann gemacht hat, Auto poliert hat, ja, kommt dann natürlich, mein Tipp, das Auto nicht so stehen lassen und sagen, es glänzt wunderbar, sondern der Lack ist dann natürlich auch von der Oberfläche ein bisschen angegriffen. Ist ganz normal, wie wenn man seine Haut beispielsweise peelt oder ähnliches. Da sollte man sich danach auch wahrscheinlich eincremen. Deswegen machen wir das natürlich auch in unserem Auto, weil wir das so gerne haben. Und da nehmen wir am besten einen Wachs, eine Nano-Versiegelung oder, ja, was gibt es noch? Gibt da noch andere Versiegelungen? Auf jeden Fall würde ich da jetzt einfach ein ganz normales Wachs nehmen. Hier gibt es verschiedene Wachse. Einmal dieses hier von Collinite oder eben, ja, was gibt es hier? Ich weiß nicht, wie das direkt heißt. High Temp Paste Wax. Das ist auf jeden Fall auch kein schlechtes Wachs, was ich persönlich eigentlich immer für die Felgen nehme, zum Felgenversiegeln, weil da der Staub optimal abprallt. Geht aber auch optimal für den Lack. Ansonsten gibt es auch noch hier das oder eben andere Wachse, die man kaufen kann. Und also auf jeden Fall ist es ganz wichtig danach, den Lack einfach nochmal zu wachsen. Einfach ein Pad nehmen, nicht dieses, sondern ein weicheres Pad, reintunken, beziehungsweise einmal voll machen und schön per Kreuzstrich auf den Lack auftragen und danach eben wieder abwischen. Das ist es eigentlich, was ich persönlich mit meinem Auto fast jedes Jahr mache, je nachdem, wie der Zustand vom Lack ist. Also erstmal schön polieren, dann den Wachs schön auftragen und danach seid ihr eigentlich wieder wirklich gut gerüstet, habt einen wunderbar glänzenden Lack. Das Wachs kann man natürlich auch mal alle Vierteljahre erneuern, denn dieses Wachs, das hält auf jeden Fall so drei, vier Monate auf meinem Lack und hat einen schönen Abpair-Effekt beispielsweise. Und ja, ich hoffe natürlich, dass ich euch jetzt nochmal ein paar kleine Tipps geben konnte. Ist vielleicht jetzt nicht, ja keine Ahnung, irgendwie ein Lehrvideo oder ähnliches gewesen, aber so verfahre ich eigentlich immer und vielleicht habt ihr nochmal ein paar Tipps kriegen können hier, wegen den Polierpads. Das würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten, wenn ihr Fragen habt rund um das Thema Polieren von einem Auto oder ähnliches, fragt mich da auf jeden Fall. Für mich war es auch nicht ganz einfach, da erstmal so durchzusteigen, ganz am Anfang. Allerdings mittlerweile kenne ich mich da schon wirklich ziemlich gut aus und weiß auch eigentlich, was man nehmen müsste. Von daher, wenn ihr da irgendwelche Bilder von eurem Lack habt, wo man vielleicht auch mal ein paar Kratzer sieht, könnt ihr die mir auch einfach mal zuschicken. Ich gucke mir das mal an und könnte euch dann vielleicht auch ein paar Tipps geben, was ihr so für Produkte einfach nehmen könnt. Ich will aber nochmal ganz kurz sagen, wenn man sich jetzt eine Poliermaschine kauft, darf man nicht davon auch denken, dass man, wenn man das noch nie gemacht hat, ein super Lackergebnis am Ende hat. Man kriegt dadurch auf jeden Fall einen guten Lack hin. Allerdings ist es auch einfach ganz klar so, dass das Polierergebnis ganz, ganz stark vom Anwender abhängt. Wenn man also schon mal mehrmals poliert hat, kriegt man dafür ein deutlich besseres Gefühl und poliert auch wahrscheinlich später ziemlich gut, sodass man einen wunderbaren Lack kriegen kann. Wenn man das allerdings noch nicht gemacht hat, kann es schon mal sein, dass man da mehrere Anläufe braucht, um eben wirklich ein gutes Lackergebnis oder Polierergebnis zu kriegen. Deswegen, es hängt ganz, ganz stark vom Anwender ab. Übt euch darin einfach und Übung macht hier wirklich den Meister. Wenn ihr drei Autos poliert habt, danach könnt ihr das auf jeden Fall. Und ja, da werden andere Leute euch ansprechen und werden sagen, oh, der Lack sieht echt gut aus, richtig geil. Ist wirklich so. Von daher, ja, das soll es natürlich von diesem Video erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich natürlich wieder bei euch fürs Zusehen. Würde mich freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Auch nochmal herzlichen Dank an Dino Kraftpaket für die Zurverfügungstellung dieses Testgeräts hier. Und das sollte natürlich auch gewesen sein. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video.